Willkommen bei AgriTerra. Das ist Peter. Peter möchte sein Geld so investieren, dass er ein attraktives jährliches Zusatzeinkommen erhält. Nur wie? Auf dem Sparbuch bekommt er kaum noch Zinsen, Aktien sind ihm zu spekulativ und Immobilien zu teuer. Sein Freund Paul empfiehlt ihm eine Investition in eine Orangenplantage von AgriTerra in Paraguay. Denn die bietet durch die Ernte der Orangen regelmäßige Einnahmen. Eine sogenannte Orangenrente. Klingt super, Peter möchte mehr darüber erfahren. Paul erzählt, dass er mit der Orangenrente von AgriTerra voraussichtliche jährliche Auszahlungen von bis zu 4.600 US-Dollar bekommt und auch das Grundstück mit Wertsteigerungspotenzial kauft. AgriTerra kümmert sich natürlich um die gesamte Verwaltung, einen Ansprechpartner in Deutschland und der Vertrag ist nach deutschem Recht. Und die Umwelt freut sich über viele neue Bäume und die Förderung der Bienenpopulation. Peter ist begeistert und investiert jetzt auch in die Orangenrente von AgriTerra. Sprechen Sie mit uns. Wir beraten Sie gerne.